Sollte Scherz haben, grünen Moin. Das ist meine Freude immer wieder bei mir. Da kommen welche. Warte mal mehr, stopp, 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 stopp. Danke. Guten Tag, liebe BVB-Fans und willkommen zu einem neuen BVB-Vlog. Unser Stadion wird 50 Jahre alt, es gibt ein Sondertrikot dazu. Heute ist Shooting-Tag und ich nehme euch wieder mit hinter die Kulissen. Dadurch, dass die Storyline für das Sondertrikot ein bisschen komplizierter ist und ich mir das alles nicht in meinen Kopf merken kann, schaut mal unten in die Videobeschreibung nach. Da verlinke ich euch alles, wo ihr alles nachlesen könnt. Heute ist der zweite Drehtag, wo unter anderem auch Legenden und Spieler kommen. Wir gehen direkt hinter die Kulissen. So, einmal die erste Station, Büro-Sicherheit mit Sigi Held. Schauen wir mal kurz rein, was da so abgeht. Guten Morgen. Guten Morgen, Sigi. Sieht gut aus. Sollte Scherz haben, grünen Moin. Wir sind doch alle gut gelaunt. Und bitte. Gerne zu mir in die Kamera. Genau. Hier spielt die Musik sehr gut. Klasse. Hallo, hallo. Es ist schön, dass die mir ein Dienst zu heute geht. Schick aussehen. Willi gibt Vollgas. Wie findest du das Trikot? Ich find's tatsächlich richtig nice. Ich war am Anfang so bald nicht ganz sicher. Aber jetzt find ich so richtig geil, weil der Streifen kommt gut, diese Bluette. So, Schmölle ist angekommen. Hallo. Hi. Hi. Das ist meine Freude immer wieder bei mir. Lieb ich mit dir. So, das ist schön. Hallo. Das tut so. Hallo. Marcel. Wir sehen uns. Guten Morgen. Guten Abend. Morgen. Newирован. du musst nur bitte rein gucken, weil die Freude sich da umziehen, da könnte ich nicht rein gehen. Hi. Nein! Ja, es sind jetzt aktuell minus zwei Grad. Zoom jetzt zur Kamera. Tauschen würde ich jetzt auch nicht wollen. Und ich hab dich ein bisschen drin, Robin? Ja, rein. Ja, okay. Da kommen welche. Warte, 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 warte. Abschirm, 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 abschirm. Das passiert auch manchmal. Aber wir haben alles im Blick. Fotografen haben auch immer eine sehr interessante Haltung beim Schießen. Jetzt hink ich dir später. Ah, lieber, ne? Später, hink ich später. So, kommen wir zum dritten Set, zum Videoset. Lars ist auch da. Das ist für dich. Willst du das schon mal auf damit machen? Ich habe einen Stabil. Ich kann mich nicht um... Ich gehe durch. Das kann ich nicht? Ist es für dich? Hi, Tim. Hi! Who am Sirle? Si. Ja. Dann kann ich mit mir ihn. Ist das für dich? Ja. Ja. I like this. Back to Stadium? Ja. Let's see. How are you? How are you? Danke. Was geht bei dir? Ihr werdet es essen mit Lüssen. Bist du bereit? Genau. Wir können alle bei euch. Okay, und dann würde ich euch jetzt einmal gewöhnt mit auf die Treppe nehmen. Wir stellen euch einmal so gestaffelt hier im Einlauf. Und eine Gruppe liegt. Das ist einmal nur laufen, laufen, laufen. Die Jungs stehen jetzt alle schon und wir jetzt einmal raus und gucken uns das auf dem Monitor an, wie dann die Aufnahmen aussehen. Die letzten Züge, der letzten Take im Spiel. Und dann haben wir es. Nice. So, komm, jetzt auf geht hier! Lass dich um uns! Boah, war das schrecklich. Schön laut war es. Das war so gut. Ich animiere mich. Ich weiß es nicht. Okay, einmal zurück. Aber der war richtig. Ja, sehr schön. Sehr schön. Oh ja! Jetzt werden wir uns. Jetzt werden wir uns. Jetzt werden wir uns. Wenn wir hier mal gucken, kommt Schingelbillen. Sie wissen noch aufzuhören? Wahrscheinlich haben wir die Wiener geschlossen. Ja, Jamie hat gefreundet, aber dann ging es doch mal. Ich habe leider keine Musik mehr. Mein Hund ist ausgegangen. Ja, super. Das reicht. Weit gehen. Aber... Ja, das ist auch cool. Ja. Finito. Danke. Wir sehen uns. Wir sind durch. Wir sind durch. We are done. Mit dem Dreh. Sondertrikot. Diese Jungs müssen das Video fertig machen. Versuchen wir noch ein paar Gleitere. Yes, Leute. Ein kleiner Zeitsprung in die Zukunft. Wir sind jetzt hier an der B1 und es gibt jetzt ein Unboxing-Video, die wir jetzt mal gemeinsam öffnen. Wir haben hier einmal unsere Box, die komplett gelb ist, mit ganz vielen Details vom Stadion. Das BVB-Logo, das etwas ältere, sage ich mal. So sieht die ganze Box dann aus. Dann haben wir hier einmal das schwarze, weil diese Box wie so ein Booklet quasi aufgebaut ist. Denn wir können das hier einmal rausziehen. Auch hier das Gleiche, ganz viele Details vom Sondertrikot. 1974 bis 2024. 50 Jahre unser Stadion. Bam. Das Erste, was wir finden, ist hier einmal ein Päckchen mit fünf verschiedenen Stickern. Insgesamt gibt es 19 Stück. Die ersten fünf, die ich jetzt hier finde, werde ich euch mal spoilern. Sticker Nummer eins, zwei, BVB-Logo und auch einmal hier zwei unserer Trikots. Boom. Dann gibt es einmal diese Schablone. Ich glaube, das hat aber hier keine Funktion. Das schöne Sondertrikot. Und here we are. Sondertrikot, 50 Jahre Stadion. Schön. Yes! Falls ihr das Sondertrikot haben wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welchen Vlog ihr euch hier auf dem Sondertrikot gönnen würdet. Lasst doch mal ein bisschen Liebe da, zeigst mit einem Daumen nach oben. Hier und hier geht's zu den nächsten Videos. Und in diesem Sinne, Herr BVB! Bismpre. 七� BVB! ана Head at